Und das Ziel ist, das Organische und Gesunde ist, dass man wirklich das so sinken lässt, dass es eine schöne Länge gibt. Und dafür weben diese beiden Pole der Kopf, der sich wie so ein bisschen nach hinten, kannst du dir dieses Thera-Band vorstellen, willst du dich hineinlegen und die Nasenspitze sinkt etwas. Und unten ist es das Becken. Und dadurch kriegst du eine gute Länge. Und du schiebst dich von deinen Handballen weg, als wenn du dich zusammenklappen wolltest. Hier. Und nochmal. Schultergürtel weit. Schieb den Boden weg. Und wieder. Kopf und Beckenpol. Wie fühlt sich das hier an? Kann ich hier noch ein bisschen mehr Streckung in die Brustwirbel sorgen? Und während deine Arme kreisen, tippen deine Füße abwechselnd in diesen 90-Grad-Winkel einfach mal für die Koordinaten im Hirn Richtung Boden. Was passiert? Geht es jetzt hier hinten vielleicht ein bisschen enger? Dann halte kurz inne. Lass dir einen Atem hier, wieder dieses Schwingen, minimales Lösen, um neue Kraft zu sammeln.